Am 29. Juli veranstaltete der Trägerverbund 1 in Schwerin den mit Abstand besten Aktionstag. Zum Thema Spiel, Sport und Spaß brachten die Koordinatoren und Mitarbeiter die Innenstadt in Bewegung. Wir haben einfach festgestellt, dass durch Corona der Bewegungsmangel bei Kindern zugenommen hat, dass sie Sport nur noch zu Hause machen. Als die Schule wieder langsam losging, durfte der ganze Sportunterricht nicht stattfinden. Und da haben wir gesagt, da machen wir quasi eine Sportveranstaltung mit Abstand, deswegen mit Abstand der beste Aktionstag zum Thema Sport, Bewegung. Und dann hat Gott sei Dank der Stadtsportbund mit im Boot und dann haben wir diese Veranstaltung organisiert und geplant. Neben einem Sportquiz kombiniert mit einem Wettrennen gab es eine Torwand, eine kleine Badmintonanlage und verschiedene Spiele vom Sportbund. Die jährliche Aktion des Trägerverbundes bietet alles, was man zum Thema Sport mit Abstand machen kann. Das Sportevent wurde durch die Landeshauptstadt, den Europäischen Sozialfonds und dem Programm Integration durch Sport des Deutschen Olympischen Sportbunds gefördert.